Laura Müller kündigt Nacktfotos mit Michael Wendler an. Sie macht eine fette Ankündigung. Seit einigen Monaten tobt sich Laura Müller, 22, fleißig bei Onlyfans aus. Auf der Erotikplattform versorgt die Frau von Schlagersänger Michael Wendler, 50, ihre Fans regelmäßig mit heißen Schnappschüssen. Auch ihren Babybauch setzt die werdende Mama dort in Szene. Mit kurz wie Feuchter Traum können ihre Fans noch weitere Bilder erhalten. Und nun macht Laura eine weitere Ankündigung. Sexy nackte Pärchenfotos mit Micha, schreibt Laura auf der Plattform Onlyfans. Schreibe mir, sexy Couple, ab sofort erhältlich. Aber nur für kurze Zeit, verkündet die Beauty. Dazu teilt sie ein Foto, auf dem sie verträumt in die Ferne blickt und sich weiße Dessou vor die nackte Brust hält. Erst vor kurzem wurde das Paar auf Paparazzi-Fotos abgelichtet. Innig kuschelnd genossen sie das Wetter auf der Terrasse ihres Hauses. Darauf lag die werdende Mama auf dem Schoß ihres Gatten und lachte dabei glücklich. Nachdem sie sich offenbar eine Weile gesonnt hatten, spazierten Laura und Michael in Badetücher gewickelt zurück in ihre Villa. Ja. Drei. Untertitelung des ZDF, 2020